Oben im Himalaya. Es gibt dort noch einen anderen Ort, der besonders ist. Das Tigernest. Von dem Ort habe ich schon mal gehört. Du weißt, dass wir für dich da sind. Wie eine Familie. Ich habe keine Familie. Sind alle tot. Los, aufladen. Steh auf. Los, komm mit. Mach schon. Das Junge, hinterher. Hattest du Angst um mich? Ich hatte auch Angst. Wir leben noch. Guter Tiger, du hast auf mich aufgepasst. Ich nenn dich Mukti. Sie fragt, wo seine Mutter ist. Sie ist tot. Mukti ist allein, so wie ich. Und? Und wo bringst du sie hin? Norden, in den Bergen. Beim Tigernest. Der Wilderer ist hinter Balmany her, weil er unbedingt dieses Baby haben will. Sie wird eine Mutter brauchen. Ohne die kann sie nicht überleben. Hier bist du jetzt zu Hause. Geh. Los.